In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie wir mit den Presets arbeiten. Ich bin jetzt in Lightroom drin, hier im Entwickeln-Modul. Ich habe hier eine Auswahl an Bildern mit verschiedener Lichtsituation, mit Licht, gegen das Licht. Und ich möchte jetzt einfach mal die Presets zeigen, wie ich damit arbeite. Du siehst schon, hier sind die unbearbeiteten Bilder. Die sehen alle im Grunde schon vollkommen okay aus und wir können sie im Grunde so lassen. Ich möchte dir dennoch zeigen, wie wir die Bilder aufwerten können. Einfach mit den Presets. Und ich wähle jetzt einfach mal ein Bild raus. Nehmen wir einfach mal hier von eins. Und jetzt kann ich über die Presets gehen. Und ich sehe immer schon, was mit dem Bild am Ende dann passiert, wenn ich da drauf klicke. Und ich wähle jetzt einfach mal, nehmen wir mal ein Schwarz-Weiß-Preset. Und ich möchte dir verschiedene Presets einmal zeigen. Nehmen wir mal dieses Black and White Burn. Jetzt klicke ich alle Bilder an. Am Apple drücke ich hier auf Command und A und dann klicke ich auf Synchronisieren und ich synchronisiere jetzt alles. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe ein Preset angewendet und das wird jetzt auf alle Bilder kopiert. Hier oben sehen wir, wenn es fertig ist. Und wenn ich jetzt hier einfach mal durchscrolle, dann habe ich auf alle Bilder diesen Schwarz-Weiß-Look angewendet. Und ich muss nur noch Kleinigkeiten ändern, zum Beispiel das Bild heller zu machen oder dunkler zu machen. Aber im Grunde bei vielen Bildern passt es schon. Und ich habe schon ein fertiges Bild. Jetzt im Schwarz-Weiß-Look. Wir haben über 40 Looks hier, die wir alle mit einem Knopfdruck auswählen können. Und die wir dann auf alle Bilder, wie ich das gerade gemacht habe, übertragen können. Und ich kann es ein bisschen dunkler machen, ein bisschen heller machen. Aber du siehst im Grunde, wie schnell ich damit fertige Ergebnisse hinkriegen kann. Und ich muss vielleicht nur noch ein bisschen den Horizont gerade machen. Und habe ein schönes, nostalgisches Bild mit diesem Schwarz-Weiß-Look. Und du siehst, ich muss im Grunde wenig jetzt noch auf die anderen Bilder eingehen. Ich kann im Grunde so die Bilder durchgucken und einfach ein bisschen heller, ein bisschen dunkler machen. Und dann bin ich im Grunde schon fertig mit der kompletten Bildbearbeitung in Schwarz-Weiß. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber kein Schwarz-Weiß, sondern was anderes. Ich kann mir die Bilder auch jetzt speichern und dann nochmal die Bilder an Farbe machen. Nehmen wir mal einen anderen Look. Schauen wir uns. Fotografie ist sehr subjektiv. Das heißt, wir können im Grunde jeden Look hier irgendwie anklicken. Ich klicke einfach mal, nehmen wir mal hier Coloria. Was ich jetzt wieder mache, ich wähle wieder alle Bilder aus, dass alle markiert sind. Ich klicke auf Synchronisieren. Alles ist markiert. Und jetzt werden alle Bilder wieder mit diesem Look bearbeitet. Hier oben sehen wir wieder, wie das Programm arbeitet. Und jetzt haben wir alle Bilder. Ich gehe nochmal zurück zu dem Bild, was wir als erstes hatten. Jetzt sind alle Bilder in dem Coloria-Look. Und was ich jetzt machen kann, ist einfach Kleinigkeiten. Ich kann den Horizont begradigen, indem ich hier oben drauf drücke und das Bild ein bisschen gerader machen. Ich kann es auch ein bisschen dunkler machen, wenn ich sage, es ist mir zu hell mit der Sonne. Ich will das ein bisschen dunkler. Aber ich habe im Grunde schon einen fertigen Look, eine fertige Bearbeitung. Und ich muss eigentlich nicht mehr viel jetzt verändern. Und so habe ich für jede Situation verschiedene Presets hier, die ganz verschiedene Looks und Farben mir geben. Je nachdem, was mir gefällt. Möchte ich ein sehr warmes Bild? Will ich ein Vintage-Bild, was alt aussieht? Will ich einen Schwarz-Weiß-Look? Will ich vielleicht ein Sepia-Look? Dann haben wir hier Sepia-Vibe. Können wir auch nochmal machen mit einem Sepia. Kopieren das auf die letzten 10, 20 Bilder. Und jetzt gehe ich nochmal hier die Bilder durch. Und ich muss es nur ein bisschen dunkler machen und habe schon ein fertiges Ergebnis jetzt in einem Sepia-Look, was auch sehr schön zu dem Kinderwagen hier passt. Die Bilder sind alle vom Fernauslöser gemacht. Ich habe die Bilder selber gemacht. Ich bin der Typ im Anzug da mit Frau und Kind. Und ich dachte mir, vielleicht möchtest du auch mal solche Bildergebnisse hinkriegen mit relativ wenigen Klicks. Nehmen wir nochmal ein Bild. Nehmen wir nochmal das hier. Das ist unbearbeitet, was auch schon ganz okay aussieht. Aber wir können es ein bisschen mehr noch verstärken vom Look, indem wir auf ein Preset klicken. Nehmen wir mal Farbenpracht bei Dioxin. Dann haben wir einen schönen, warmen Look. Wir können auch normal nehmen und ein bisschen dunkler das Bild machen. Wir können auch sagen, wir nehmen was ganz anderes und nehmen Orange-Bleu bei Dioxin. Und haben einen ganz anderen Look als bei den anderen Bildern. Und wir können auch hier natürlich sagen, ich will den Look auf die anderen Bilder übertragen. Nehmen wir nochmal hier so ein Bild. Und du siehst, wie unterschiedlich die Ergebnisse hier werden, je nachdem, wo ich draufklicke. Und so schnell kannst du komplette Serien bearbeiten, indem du im Grunde ein Bild bearbeitest. Ich wähle jetzt nochmal einen Look aus. Nehmen wir mal hier Valeria. Ich nehme jetzt die nächsten 10, 15 Bilder, synchronisiere und die letzten 5, 6, 7 Bilder, synchronisiere. Und jetzt gehen wir die einfach mal durch. Ich klicke hier rauf. Und ohne, dass ich jetzt viel mache, einfach, dass ich ein bisschen das Bild noch heller dunkler mache, habe ich im Grunde genommen schon Ergebnisse. Die Bilder sind alle mit Fernauslöser aufgenommen. Kamera auf Stativ. Ich mache die Bilder oder hier unser Sohnemann macht die Bilder. Und dann haben wir schon das Bild gemacht. Und hier siehst du im Grunde, wie schnell die Bildbearbeitung fertig werden kann. Es braucht nicht lange zum Bilder bearbeiten. Es kann durchaus recht schnell gehen. Und mit diesem Preset-Paket siehst du im Grunde, wie ruckzuck solche Bilder bearbeitet werden können. Man kann natürlich noch viel mehr in Bildbearbeitung reingehen. Aber ich denke, es bringt schon sehr viel, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Und du hast viel mehr Zeit zum Fotografieren und verbringst viel weniger Zeit am Computer, was ja auch eine schöne Lebensqualität ist. Das war's. Das war's.